Dies ist der neue Filterhalter von Helge Süß für das Panasonic 7-14mm MFT-Objektiv. Er wird einfach vorne auf das Objektiv aufgeschoben und klemmt zuverlässig. Verwendet werden können sowohl Kukin 100mm-Filter wie auch Li-Filter. Gegen Durchrutschen sind die Filter durch Gummiringen gesichert, die wir für den Film auf einer Seite zur besseren Sichtbarkeit der kleinen roten Büro-Gummi geübt haben. Bei den Fotos wurde ein Grau-Verlaufsfilter eingesetzt, um den Himmel abzudunkeln. Der Filterhalter wignetiert auch nicht bei 7mm im Rohr und verringert die Streulichtempfindlichkeit des Objektivs nochmals deutlich. Es handelt sich hier um den Prototypen, der mit 3D-Druck hergestellt wurde. Die Serienfilter werden gegossen und sind dadurch dauerhafter. Der Filterhalter kann bei Helge Süß in Wien direkt bestellt werden.